Brauchst du noch FIFA 18 Coins? Ja! Easy, dann check auf jeden Fall mal die Beschreibung ab, dort findest du nämlich meinen Coin-Sponsor und einen fetten Rabatt-Code, wo du nochmal saftig auf deine Coins sparst. Yo, was geht ab, Leute? What's poppin', YouTube-Wax wieder für euch am Start mit einem weiteren Pack-Opening und mein Bruder ist aus der Schweiz angereicht. Achso, wir haben auch unser Check, ne? Komm, Digga, was geht ab, Bro? Was geht ab, Bro? Alles fresh? Digga, und Leute? Wir haben uns gedacht, Kuba auch am Start. Das dachte ich mir, Digga, richtig lange, ja. Das war doch ein richtig lustiger Sinn. Auf jeden Fall heute freshe Packs, oder? Ja, Mann. Soll ich euch mal erzählen, was wir hier haben, oder was? Bro, Showdown. Showdown, okay, Leute, wir haben auf meinem Account, wir sind gerade auf meinem FIFA-Account unterwegs, ihr kennt den Pack-Luck-Account. Da haben wir ein League-Or-Team der Saison-Spieler-Set und ein Culture-Or-Team der Saison-Spieler-Set. Das heißt, zwei Packs haben wir hier schon mal auf den Account und danach kommen noch richtig viele weitere geile Packs auf euch zu. Und ich würde sagen, mein Gast, Kubanito, Digga, er muss sein Pack-Luck mal beweisen und zeigen, was er heute zieht. Okay, Leute. Leute, wenn ihr mehr von uns beiden sehen wollt, auch vielleicht eine Fußball-Challenge die Tage, dann wie viele Likes? Bro, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, sagen wir erst mal 5000, oder? 5000 Likes, ihr kennt das, ihr kennt das, wir haben den Manusat lieber like, 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 Leute, ihr kennt das. Sprengt den Like-Button und dann Fußball-Challenge und wieder mit heftigen Bestrafungen. Easy peasy, Digga. Dieses Mal kriegst du Ronaldo-Friese, Digga. Dieses Mal, habt ihr die Challenge gesehen eigentlich auf dem Kanal von Kuba-Jungs? Checkt seinen Kanal ab, er hat die Ronaldo-Friese von Wax gecuttet bekommen, man. Ja, warum sind ich, hab ich so kurz Haare, Digga, Haarausfall. Okay, mach mal. Also, welches willst du? Ich weiß nicht, du, du bist hier. Digga, da links kannst du Neymar ziehen und rechts kannst du Dybala ziehen, das sind so die besten, Digga. Ich würde sagen, erst mal Dybala. Ja, erst mal Dybala, okay. Erst mal Dybala, also ich würde sagen, auf drei, zwei, eins. Bruder, enttäuscht mich, Digga. Come on. Bruder, enttäuscht mich, Digga, irgendwas Threshes, Digga. Bruder, enttäuscht mich einfach nicht. Irgendwas Threshes, Digga. Bin Affe, oder was? Uh, Gott, das ist okay, Bruder. 94. 94? Digga, ich sag dir das ehrlich, da gibt's schlechtere Spieler. Ihr habt alle das FIFA-Bingo gesehen gegen Till, Digga. Da hab ich auf jeden Fall einen schlechteren gezogen. 89 und krieg deswegen sogar die Bestrafung. 94. 99 ist die schon richtig hoch. Digga, den kann ich auf jeden Fall in dem einen oder anderen Squad-Builder-Battle verwenden. Der ist ja untradeable, aber 94, Digga, Benatia. Nice, Digga. Bin ich auf jeden Fall zufrieden. Kann man machen. Ja, Digi. Gut, Bro, dann würde ich sagen. Was würdest du sagen? Show us what you got. Show us what you got. Zeig uns mal deinen Track. So ein Neymar wär auf jeden Fall schön, ne? Okay, Benatia, Digga, wie macht der da? Jetzt müsste eigentlich echt schon ein Neymar kommen, oder nicht? Bro, hörst du das auch, Digga? Hörst du dieses Samba? Hörst du dieses Samba? Hörst du dieses Samba? Tanz ein bisschen Samba, Bruder. Für Neymar. Drei, zwei, eins. Bruder, Samba, den Nenn. Bitte, Neymar, bitte komm uns mal zu einem, Bruder. Du willst selbst, ich hab dich noch nie dieses Jahr gezogen. Oh, ich schnall ihn. Berati, oder was? Oh, Berati. Das ist aber auch richtig. Auch 94, Bro. Nice. Oh, der Samba. Der Samba, Bruder. Er hat uns gehört. Ehrenmann. Auf jeden Fall in den Chat. Hashtag Ehrenmann für Berati. Krank, Digga. Okay, das waren die beiden Packs auf meinem Account. Berati ist auf jeden Fall ein stabiler Typ. Auch 94 rated. Genauso wie Benatia. Digga, geht klar. Auf jeden Fall geht natürlich auch besser. Aber wir haben ja noch weitere Packs am Start. Und deswegen würde ich sagen. Zwei weitere Packs, oder? Machen wir es gleich auf jeden Fall so, dass diesmal ich Serie Azi und du diesmal League Awe. Baba. Sprich, du jetzt die Baller ziehst und ich Neymar Junior. Leute, er klaut einfach mein Shirt, oder? Er nimmt sich direkt richtig auf Ausländer. Direkt gegönnt, Digga. Direkt einfach sein Shirt abgezogen. Da, 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 du, Bro. Du weißt. Bromance. Bromance, warte mal, was wollte ich machen? Bro, what's poppin'? Die weiteren zwei Packs. Leute, diesmal haben wir uns gerade gesagt, wir werden es mit einer kleinen Bestrafung machen. Wer das schlechtere Pack zieht, kriegt er auf jeden Fall eine Bestrafung. Ja. Eine kleine. Ohrenschnipster, oder? Ohrenschnipster. Willst du wieder anfangen, oder sag ich diesmal? Ohrenschnipster. 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 Ich will jetzt Neymar. Ich will auf Neymar gehen. Okay, das heißt, ich fange diesmal mit dem Kalt-Ju-A-Pack an, mit Dybala. Effekt. Und du sagst Neymar. So Leute, wie gesagt, der, der das niedrigere Rating zieht, der kriegt eine Bestrafung. Ja, dann machen wir jetzt, Franzi. Franzi. So, come on. Leute, wir brauchen eure Energie, come on. Ihr geht ein guter Spieler. Dybala wäre halt schon richtig... Hamzik. Nein, Dykkaaa. Ich will sagen, wow. 95 hat der Bruder. Diga, das wird richtig schwer für dich zu knacken. Du wirst so einen richtig saftigen Papp in dein Ohr kriegen. Ich hab dann Termine, ne? Ich hab dann den Rekka. Komm her, Bruder. Ja, Diga. 95er Danowitsch. Okay, 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 Michael. Ja, ob du den verwenden wirst, bezweifle ich jetzt, aber... Marmor, Stein und Eisenlich. Aber unser Michel nicht. Check gerne den Kanal von Michel ab, Diga, der hat auch einen Fortnite-Kanal am Start. Könnt ihr abchecken, auf dem er konsumiert die Packs. Und natürlich auch mein Bro Kubanito abchecken. Aber jetzt bin ich gespannt, was du hier raushustelt. Bruder, du kannst dich schon mal so ein Reit machen, ne? So, zeig mal, zeig mal den Kameradien, was du machen. In die Pose gehen und dann wird richtig dein Ohrläppchen zerstört. Verstehst du? Verstehst du? Okay, come on, Bro. Ich will Neymar, okay? Leute, Neymar. Komm, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Por favor. Hey Neymar, wer behindert heftig. Komm, Neymar, ich spiel. Spiel, Neymar, Bruder. Bruder, komm. Komm, komm. Einmal Applaus für dich, Bruder. Einmal Applaus für dich. Ich würde sagen, wir machen das hier mal ganz fix. Zeig mal dein Ohr, welchen soll ich schnipsen? Warum, warum, ich habe mir jetzt wieder zugesagt, weißt du? Bruder, komm, ich gebe dir jetzt einen saftigen. Oh. Okay, Leute, welches, und das hier soll ich so richtig saftig, vielleicht so ein bisschen umkriegen? Okay, Leute, drei, zwei, eins. Ich habe ihn sogar doppelt gegeben, mit zwei Fingern. Nein, egal, was müssen Sie übertreiben? Witzig. Okay, Rusi-Log ist da. Jetzt ist auf mich jetzt nicht so stabil gewesen, aber okay. War okay. Oder was müssen Sie übertreiben, ja? Warte, witzig mal, es ist rot. Jungs, auf dem nächsten Account angekommen, natürlich wieder von meinem Bro, Michel. Lasst ihm ein kostenloses Abo da, der macht auf jeden Fall öfters mal Fortnite-Streams, ist in der Beschreibung verlinkt, und Jungs, vergesst nie, genug Wasser zu trinken. Mh. Mh. Lecker, nicht so lecker. So, Elite-1-Belohnungen bei Michel. Der Typ hat mal wieder 35 Siege oder so rausgehauen, kranker Typ. Ähm, ja, wir öffnen zwei 100k-Packs, zwei Premium-Typen der Saison-Packs und 125.000 Münzen. Es hat sich gerade so ein bisschen so angehört, ob ich die Münzen auch öffnen will, Leute. Ich meinte natürlich, wir haben 125.000 Münzen hier bekommen. Erstes Pack, Schlitz. Schlitz, Inform, Schlitz. Spanien-Schlitz, wer ist da im Team of the Week? David Villa, oder was? Hey, David Villa, you were one of the best footballers in the past, and now you are with... Hey, lass lieber Englisch wakes, tu lieber Deutsch sprechen. Und zieh David Villa mit 71 Tempo. Okay. Wat'n Ehrenmann. Wat'n Ehrenmann, der David Villa. Ich tu einfach mal alles in fein und wir gehen zum nächsten 100k-Packs. Numero dos. Pam, Alde. Gib ihm, Bruder. Vielleicht ein Totz aus dem 100, ha? No way. Leute, ich hab die letzten gefühlten 300 Free-Packs von den 100k-Packs keinen Totz gezogen. Okay, das waren vielleicht insgesamt 30 Stück, 20 Stück. Aber trotzdem ein bisschen ärgerlich, ne? Da könnte man auch natürlich so einen Bundesliga-Totz mal gerne ziehen. Hm. Zieh mir aber nicht. Schade eigentlich. Schade, schade Schokolade. Mal gucken, was da ist. Morgen ist auf jeden Fall Friseur wieder dran. Bad muss gemacht werden. Seiten müssen wieder gekürzt werden. Und ein Premium-Team-de-Saison-Pack muss geöffnet werden. Schnippst den Deckel hoch, schlag ihn weg und fang ihn auf. Und zieh jetzt hier einen Baba-Spieler. Hamjik. Ich kack im Stich. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. 93er Hamjik. Nice, 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 nice. Bruder. Auf deinem Account Packluck, auf meinem Account kein Packluck. Die letzte Woche war es andersrum. Bei den Free-Packs. Da hab ich bei mir Goretzka gezogen. Und bei dir Wendell. Ja gut, hab ich gesagt, dass Goretzka richtig Baba ist. Aber ich hab auch gesagt, dass Hamjik ein Ehrenmann ist. Hamjik ist Todes-Ehrenmann. Und zum letzten Pack auf dem Account von Michel. Danach kommt vielleicht noch was. Ich weiß nicht, ob da noch was geht oder nicht. Muss ich gleich mal abchecken. Erstmal die Nase des Hexlers. Hamjik im ersten, vielleicht jetzt im Premier League oder in der Liga. Darüber würde ich mich freuen. Deutschland. Spürmer. Timo Werner. Äh, ja. Wir ziehen zweimal einen 93er Plus. Und das ist... Hm. Ja, Leute. Was soll man dazu sagen? Was ist der Wert? Ich dachte, wir haben echt Timo Werner gezogen. Dann kam er bei Hoffenheim. Und dann ist der 93er Bundesliga-Striker leider nur 120.000 wert. Und der ist nur 70.000 wert. Egal. Okay, Leute. Das war's dann auch schon wieder von diesem Video. Lasst eine fette Bewertung da, wenn ihr wer mit Kubanito himself wollt. Ihr wisst Bescheid. Tatsch und Gornmusik, denke ich. Jungs, wir waren eben auch... Wir sind crazy. Pockt uns auf Instagram. Pockt uns überall, Dinger. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Like and like and peace.